Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem lieben Axel und der Sonja auf der alten Map unterwegs. Und diese Runde ist etwas strange. Ich verrate jetzt am besten nichts, sondern guckt es euch an, sie dauert tatsächlich auch nicht sehr lange. Ich habe auch nicht so viel Zeit heute zum Schneiden, denn jetzt ist es nach dem Hunt Showdown Turnier Nummer 18 und wir haben schon 0.15 Uhr und jetzt schaffe ich es einfach nicht noch eine 45 oder eine 40 Minuten Runde zu schneiden. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das an diesem schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag und ihr freut euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hat rein, viel Spaß. Okay, Fick. Hat jemand jetzt Schlange? Nö. Ich habe Schlange. Warte. bitte nicht zu pressen bitte nicht zu pressen bitte nicht zu pressen gott sei denn ich körper bitte ich kann gut so alles das ist deine das ist deine meinung wenn es doch skapa wird gehe ich nicht dahin weil so hat man sich die gute chancen als erstes da zu sein dann geht es gab wir gehen dinge schließen als erstes da zu sein da habe ich mich fortlaufend sehen was kommen wir lieber rausgehen und lieber neu starten siehst du es gab man denn warum sind wir nicht direkt hingelaufen aber ich wollte nach alles immer diese anti main also raus oder was das sport aber damit ich habe mich nicht mehr noch mehr spinat essen du warst jetzt nicht fitter hast du glück boss ist hier ich denke ist einer weg gelaufen woher willst du wissen dass der boss hier ist ich habe ihn gehört glaube ich und wo hast du jemand gesehen äh ja eine p-daughter er ist hier kein boss hier sind raben die will ich nicht mitnehmen dann war es meine wunschvorstellung mann ich habe es doch gesagt also raus so habt ihr gesehen jetzt wisst ihr warum die runde so kurz war wir sind nämlich weil sonja die ganze zeit rum gemeckert hat dass sie nicht zu skapper wollte sind wir nämlich jetzt rausgegangen und das war es jetzt deswegen kriegt ihr ein blödes sonntagsvideo heute aber dann kam doch alles ganz anders viel spaß wie gehen die scheiße da jetzt angreifen hast du gesagt du gehst die scheiße jetzt angreifen hast du gesagt nee weiß ich nicht ja wie gehen die scheiße jetzt angreifen ich gehe nicht zum ausgang ich gehe nicht zum ausgang wollen wir helfen oder gehen wir raus wir helfen oder dann geht wart ihr das mehr was denn nun ein das war ich wir sind gekommen um zu sterben wir schauen mit glocken untergehen mit glocken und trompeten oder wie heißt das ja genau da machen wir einen auf aggressiv dann denken die wir sind prost ist das so ja 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 mein spiel um aus 780 jaja weint entfernen gar keine muni kiste hat werden gewachstes die draußen, die draußen ist runter gesprungen schuss auf mich hat hit, oh ich bin tot wir sind tot nee den einen habe ich ui wer ist tot infected, der hier draußen war? ja der draußen sonja hat so ein untertod was? meine wer hat die sticker an die tür hier? füllen auf außen ach maaaann wir haben ja keine schüsse mehr hit einen habe ich surf nate hat sich sauber schluss hier was das? ich muss aber mal looten, ich habe so gut wie keine heilung mehr ja ich loote den hier drinnen ich glaube gar ja, ich kann den looten auch nur irgendwie special looten hier liegt ne apple cut apple cut ich nicht denke ich würde die apple cut nehmen der neue cocktail okay hört sich doch gut an oder das neue apple wo ist denn der dritte? hier eins zwei drinnen 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 vor unten wenn du die treppe runter gehst links daneben da links da ja ja den habt ihr beide hier draußen? ja und ich habe den apple cut genommen ja ist hier irgendwo special moon? nix gesehen erst mal keine anderen hunter ja hier oben sehr schön und der hunter liegt wo? ja unten an der treffe links hier hier ich wollte jetzt nicht sagen es gibt ja zwei stippen ne dann hättest du eine eingefallen genau die anderen sind bestimmt Rika sollen wir nach unten gehen? ja weil wir hatten ja gehört gehabt dass es da hinten geschossen wird ja ja runter diese hat geholfen aggressiv glockenklingeln scupper da will ich nicht angreifen da geh mal raus so ne scheiße da wir haben doch gleich da hochgelaufen da habe ich keine chance angreifen ist immer scheiße aber nur weil ich gesagt habe lass uns aggressiv machen die sollen denken wir sind die voll pro und so sind wir jetzt auch reingestürmt aber für das aggressiv sind die krass rausgesprungen ja weil sie Angst hatten ich guck mal kurz nix also das ist ja eigentlich ne scheißrunde bis jetzt also was heißt scheißrunde aber keine besonders ansehnliche Runde aber alleine für das dumme Geschwätz müsste ich schon schneiden das dumme Geschwätz hallo hast du gesagt du greifst da jetzt an ja vor allem hier steht kurz vorm Ausgang das greift doch jetzt an ja war jetzt keine sonderlich aufregende und spannende und actionreiche Runde aber ich fand sie doch sehr sehr unterhaltsam und da ich heute echt wenig Zeit habe und echt keinen Nerv habe noch eine ewig lange Runde zu schneiden und ihr heute gar nichts habt dachte ich mir komm schneide ich euch das und ich hoffe ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit der Runde ging ja auch recht schnell ähm bin heute Mittag ab 14 Uhr wieder live auf Twitch würde mich sehr sehr freuen euch zu sehen 1049.de wie hier auf YouTube heißt ich dort findet ihr mich einfach in die Suche eingeben oder unten bin ich verlinkt ähm ähm der Axel und der Marc spielt morgen mit beziehungsweise heute äh ansonsten denkt an meinen TeamSpeak das ist unten verlinkt genauso wie game.de die haben wir das extra für euch zur Verfügung gestellt könnt ihr jederzeit nutzen könnt oder game.de gerne mal besucht gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Mumble, RootServer, GameServer, WebServer etc sucht seid ihr an einer guten Adresse verkaufen kann ich ähm HolyEnergy ist unten verlinkt guckt es euch mal an bin mega begeistert ähm unten der Link und zwei Rabattcodes unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz ganz tollen Sonntag und wenn ihr nichts vor habt dann guckt doch ab 14 Uhr auf Twitch rein haut rein, tschüss und dann geht es euch mal an die 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 die